Oder? Ist das die? Was denn? Was denn, Flashy? Also diese Map ist auch wieder sehr groß, da gibt's unterirdische Sachen, es gibt Bunker, es gibt fahrende Autos auf ner Straße. Hatten wir nicht mal so ne Map mit so nem Zug, der immer da langgeritten ist? Und es gibt... Ah, es gibt wahrscheinlich Zug. Bananen... Wir hatten noch mal so ne Map, oder? Wo so nem Zug langgeritten ist. Wo immer alle vorgeritten sind. Das kommt dir nur so vor, wenn alle... Komm, ist schon los. Ja, der ist da langgeritten, Mann. Der ist da nicht langgeritten, der ist da nicht langgeritten. Lass mich auf zu hüpfen! Du, Jude! Das macht wirklich aggressiv, ne? Das ist voll scheiße, Mann. Vor allen Dingen trifft man dann auch nicht. Hi! Shoot! Shoot! Ich bräuchte nur Munition. Obischerweise fahl ich trotzdem um. Flashy, wo sind wir denn hier überhaupt? Äh, das Cloaking Device hat mich nicht geschrumpft. Ne. Ja, hier mal, ich hab ne Mine... Ich hab ne Mine platziert und ich hab den Minifier gehabt. Also der Minifier, der hat mich schon geschrumpft. Ich hatte den Minifier, das war schon richtig so. Ich hab mir kein Cloaking Device gekauft, das war die Mine. Die Proximity Mine, die an der Wand explodiert ist. Also eigentlich alles so, wie es sein sollte. Nein, mach ich nicht. Jetzt, ohne Scheiß, guck doch mal da rein. Von hier, kannst du's auch sehen. Nee. Simon Sands, stellt euch auf die Straße. Ja! Aua, ich werd geschlagen! Ich bin schön... Oh, voll, pass auf, Mensch! Erst links, dann rechts, dann noch mal links. Ich gucke mal erst links, rechts. Links, rechts, links, rechts. So muss es sein. Genau so ist es richtig. Hat mir dacht. Dina, du bist Detective, ne? Denk dran. Rastig jetzt! Scheiße! Hä, was ist jetzt passiert? Scheiße! Was war das denn? Akmala, lebst du noch? Nee, Akmala ist Todis Traitor, der hat Kaiser erschossen. Hä? Das Klo sieht doch ekelhaft aus. Was? Deswegen hast du die Scheiße gesagt! Ja, weißt du warum? Weil ich dann Objekte kaufe, der hat schon gegeben. Oh! Das ist zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen, perfekt. Soll ich da hüpfen? Ich bin Inno. Wer ist da? Ach so, hier. Ja, hüpfen wir über die Straße, Flashy. Ich glaub, das fühle ich jetzt gerade sehr. Dina, wie komm ich hier weg? Wo kommst du her? Komm mal mit. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich hab nur jemanden erschossen, der Thema. Ich hab bisher niemanden von euch gesehen, außer Curry. Hä? Warte mal. Ja, wenn man mich sieht, ist das immer schlimm. Das ist richtig. Curry ist super schlimm. Eigentlich. Das ist eigentlich immer schlimm. Hä? Oh! 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 So, warum muss das denn immer so laut sein, Mann? Ich hab mich erschrocken! Komm jetzt! Ohne Scheiße! Flussi, geh da nicht weiter! Die Rakete ging auf mich und Mel! Geh da nicht weiter! Also, Flashy kann's nicht gewesen sein. Ich hab auch immer noch die erschossen. Also, Rakete ist da. Ich habe nur eine Vermutung. Oder Curry denn? Ich werde mal nicht weiter reden, weil die Hina ist beschäftigt. Nee, red ruhig. Was für eine Vermutung? Nee, alles ist gut. Was für eine Vermutung? Also, ich kann halt zwei, drei Leute ausschließen. Hina und Flashy sind nicht mal in der Nähe. Und Mel und auf mich wurde geschossen. Okay, also bleiben noch Curry und ich quasi. Das ist richtig. Das heißt, wir sollen uns auf die Straße stellen, Daru. Ja. Und Simon Says spielen. Nein, 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 wir spielen nicht Simon Says. Wir lassen uns einfach überfahren. Ganz einfache Sache. Oh, wie cool ist das denn? Ganz einfache Sache, Alter. Oh, wie cool ist das denn? Ja, das finde ich auch gut. Frogger! Wie? Wie kannst du Schießübungen machen? Frogger, Junge. Okay, wie viele Leichen haben wir jetzt genau, um das nochmal zu wissen? Zwei. Okay. Okay, aber Akmala ist tot und bestätigt dich als Traitor, ne? Ja. Du hast jetzt nicht mal mit reingezählt, oder? Ja. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie verkehrt verstehe. Nein, Kaiser und Akmala sind tot. Genau. Mel? Ja? Gut. Ich mach hier die Schießübungen. Streuna, du bist ungefähr 280 Dezibel lauter geworden. Hast du grad auf mich geschossen? Wasser? Ja. Bin übrigens doch tot. Du bist tot? Warum redest du dann? Weil Streuna so laut war, dass mein Trommelfeld vibriert hat. Wir sind alle tot. Wo kommst du denn her? Hallo Mel. Ja, aus dem Walde komm ich her. Mann, ich bin so dick. Ja. Wer ist denn da in der Ruine drin? Akmala sag ich schon. Mel, hast du mich grad fett genannt? Nein. Mel, wer ist da, wo du jetzt hingehst? Guck gleich mal, wer da drin ist. Das bin ich. Ich weiß nicht, wer hier ist. Mäh. Curry ist hier. Wir sind alle hier. Okay. Ich seh aber nur dich. Aber wer ist bei mir oben noch hingegangen? Daro? Alle sind hier. Wir sind alle hier. Und hier unten fliegen alle. Das ist ja voll die geile Dinger, Alter. Fliegen alle. Ich hab nur das eine Map. Curry? Mann, scheiße. Ich hab gefestigert. Ja, hier. China, wir sind alle hier. Du hörst ne Schrotflinte. Er guckt doch die Leiche an, guckt doch. Und du so, hä? Hä? Scheiße. Ach mal, das tut mir bisschen leid. Wenn jemand bei Hina Ausrufezeichen Lost in den Chat schreiben will. Nein, 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 Lassi. Hallo, was soll denn das da oben? Ihr müsst euch vorstellen, sie kommt frisch an einen Tatort, wo 30.000 Leichengefühle liegen. Mit Blut, ja. Da wär ich auch einmal geschockt. Das kann passieren. Ich brauch einen Clip aus meiner Perspektive, bitte. Mann! Ich hab auch schlecht geguckt. Und ich dachte, das wäre Mel da oben. Und ich dachte so, hä, Curry? Mann, ey. Boah, der hat deine Figur dich auch einfach so angeguckt. So, oh shit, der hat... Ja! Und der hat halt alles daneben geholt. Scheiße, Streuner ist Adlerauge geworden, Junge. Der macht da im Leuchtturm. Ne, warte mal, auf dem Dach war der. Seine Stimme so betont hat fühlen wir sich immer bedroht. Oh, muchas gracias. Si, senorita. Oh, Kaiser hat sich gerade gefreut, dass er Traitor ist. Nee. Doch, doch. Das Blaue. Doch, doch. Achso. Oh, stimmt. Okay, Kaiser, sorry, Alter. Oh, da, wo ist es. Da, wo ist es? Warum? Da, wo ist es? Flauschi? Fleisch, Fleisch? Flauschi? Fleisch, Alter. Nein, da, wo ist es nicht. Kaiser. Ich weiß noch nicht, ob Streuner nett ist. Wenn Streuner nett ist, ist er auf dem Dach gut. Wenn er nicht, ist er nett. Streuner ist nett. Streuner ist nett. Vertrau mir. Ja, Alter. Oh, Kaiser, Vorsicht, Junge. Es wird heute noch jemand überfahren. Ich seh das einfach. Das kommt einfach. Flauschi. Flauschi schießt. Flauschi schießt. Ohne zu stoppen. Supergeil. Supergeil. Mutprobe. Warte. Über quer die Straße. Flauschi wurde vor mir abgeknallt. Das Schicksal mag dich. Von wem? Weiß ich nicht. Sniper. Wo wart ihr? Ja? Wir sind auf diesem Landhaus. Oder was passiert? Kann ich denn nur Akmala oder Mel sein? Nee. Auf diesem Landhaus? Curry steht auf dem Dach dahin. Curry kann es nicht sein. Hina kann es nicht sein. Nein, Streuner war es auch nicht. Ich kann es nicht gewesen sein. Seid ihr alle auf der Straße? Wir sind alle oben. Wir sind alle bei der Straße. Ist der Detektiv ... Ja, Detektiv ist auch hier. Detektiv ist hier. Kann der mal Radar gucken, wer hier noch im Landhaus ist? Weil ich seh hier niemanden. Im Landhaus? Wo ist denn das Landhaus? Ist das Streuner das Haus? Oder was? Nee, durch den ... Da ist doch dieser Tunnel, wo die Autos durchgehen. Und da kommt man irgendwie hier hin. Ich lauf doch nicht durch den Tunnel! Bist du besoffen? Da fahren Autos! Seid ihr bescheuert? Hina, geh mal gucken, wer da ist bitte. Wo denn? Hina, geh mal gucken. Was ist denn Landhaus? Du musst durch den Tunnel laufen, aber lass dich nicht überfahren. Du kannst durch die Tür gehen. Geh links durch die Tür einfach, Hina. Ach, dafür bin ich dein Mensch, wa? Vorsicht, da kommt ein Auto. Hina, wir müssen uns opfern für den Detektiv. Es geht nicht anders. Okay, Hina, geht rein. Kann der Detektiv nicht einfach mit dem Radar gucken, wer hier noch ist? Eigentlich schon, aber Kaiser hat bestimmt schon gekauft. Nee, hab ich nicht. Wo ist denn der? Ja, aber du kannst doch dann sehen, wie viele bei Daru sind. Wo bist du? Teleporter. Ich bin jetzt wieder hier bei dem Bahn-Teleport. Bei dem Auto im Garten. Wo warst du davor? In diesem Ding da. In was für'n Ding da? Da soll ich mal reingehen und gucken. Hier in dieser Scheune. Habe ich, mach an. Und da war keiner in der Scheune. Mach an. Da steht keine Namen dran, wie ich's gesagt habe. Ja, egal. Wir haben wie viele. Es geht um wie viele. Äh, zwei. Einer ist 1900, einer 3600, einer 4400 Klicks. Aber wie komm ich denn zu euch? Was seid ihr denn? Also müsste das sein, Daru, Mel und Hina. Ja, Daru, Mel und Hina. Das heißt, Mel muss eigentlich der Killer sein. Wenn Daru nicht gewesen ist. Ja, Daru ist auch sie. Mel, wo bist du? Oder Daru hat halt weggeballert. Aber einer von beiden. 100 Prozent. Ich bin ja manchmal doof, ne? Wo ist Akmala? Akmala ist kaputt. Hä? Offensichtlich auch. Daru hat ja gesagt, Akmala wurde gerade gesniped, hat er gesagt. Nee, Flashy. Flashy wurde gesniped? Ja. Aber doch nicht von Akmala, dann ist es Daru. Und Daru? Ich benutze doch keine Sniper, Mann. Daru, wer wurde gesniped, hast du gesagt? Ja, genau. Flashy vor meinen Augen. Genau, das heißt, Akmala hören wir nichts, also wird ja auch tot sein. Aber Akmala ist ja nicht da bei euch. Es muss auch eine Silent Sniper gewesen sein. Ja, Detective? Ich möchte, dass ihr das da hinten beendet und erst wieder kommt, wenn ihr fertig seid. Ja, es ist auf jeden Fall ein Ausschlussverfahren. Also wenn Daru es nicht ist, dann ist es Mel. Weil Jina ist erst dazugestoßen. Jina? Hä? Ich bin doch auch danach. Jina ist ruhig. Jina sagt nichts mehr. Jina sagt nichts mehr. Jina sagt nichts mehr. Sind da nur noch zwei Kreise? Ja, dann sind nur noch zwei Kreise. Oder es sind Daru und Mel? Also Daru und Mel. Ich fände es in Ordnung, wenn ihr einfach beide wegschießt, wenn die kommen. Denkt dran, Kaiser, da vorne die Tür. Da kommen die raus, ne? Haben wir Schusserlaubnis uns gegenseitig umzubringen? Ja. Warum fragst du? Es ist doch klar wie Klosbrühe. Warum fragst du, ob du Mel erschießen kannst? Weil ich weiß es nicht. Also theoretisch könnte Streuner und ich immer noch einer von uns Traitor sein. Aber einer ist auf jeden Fall Traitor da drüben. 100%. Ja, ja. Schießt euch ab. Oder es sind beide. Es sind beide. Ich glaube auch, dass es beide sind. Ja. Ich bin innocent. Hast du Mel erschossen? Daru? Ich finde Mel nicht. Ah, Mel! Hä? Ah, Mel! Das muss Mel gewesen sein, weil hier ist ja nur eine Person. Hä? Hä? Ja, die stehen nebeneinander. Alter. Ich möchte keine 42 werden, ey. Ich kann nicht mehr. Ich mach bei 40 Stopp. Damo, lebst du noch? Ich lebe noch. Wie viele Kreise sind denn da noch, Kaiser? Na, hast du... Die lebt noch. Ich hab die ja nicht erschossen. Die lebt auf jeden Fall noch. Ja, warte mal. Kaiser, du kannst doch Kreise sehen oder nicht? Ja, natürlich sehe ich die Kreise. Die sollen sich endlich erschießen. Also sind doch beide da, ja? Ja, aber natürlich. Ja, dann sag uns das doch. Bitte, ich will's doch wissen. Ich find das spannend. Ich auch. Ich warte noch. Vor allen Dingen ist die Zahl auch komplett gleich außer 5 Ticks. Die laufen halt nebeneinander. Hä? Feine Trailer! Sag ich doch. Die müssen jetzt gleich Hand in Hand aus dem Tunnel rauskauen und dann werden sie von Autos überfahren. Wuhu! Ich geh da mal auf die sichere Seite der Macht. Der Bahn-Teleport ist trapped. Try to avoid it. Ach so. Alles gut, ich bin da. Ah, ja. Seid ihr schon tot? Ne. Ich glaub, die leben beide noch. Da hoch! Da hoch! Da hoch! Das Auto hat das Feuer verbracht. Aber sah cool aus. Die sind da an der Tür. Hit. Noch ein Hit. Ich call, dass sie irgendein Auto gleich überfährt. Einfach beide. Also wenn du jetzt Mel umbringst und identifizierst, dann bist du frei. Ich weiß nicht, wo Mel ist, Mann. Tot. Ich hoffe, der ein bisschen gedotscht. Ich denke, oder? Naja. Mel ist tot. Warte mal, in 8 Sekunden sehen wir wieder, wo er ist. Ich komm raus jetzt. Okay, komm raus! Ich bin da oben rennt. Ohne Waffe! Ohne Waffe! Ohne Waffe! Ohne Waffe! Ich hab den Ausgang nicht mehr ge... Ich bin fast wahnsinnig gewollt. Daro, du bist der schlechteste Troll auf Erden. Daro, dir ist klar, dass ihr euch beide reingeritten habt, ne? Also Daro, du hast beide euch reingeritten, weil ihr beide da wart. Naja. Heavy reingeritten. Naja. China war nicht bei euch. Hättet ihr dir einfach nichts gesagt, dann wäre das nicht mal aufgefallen, dass ihr Leute gekillt habt. Oh mein Gott! China war das dann bei uns. Nein, nein, nein. Später ja. Aber du hast ja erst den Call gemacht, dass jemand grad bei euch erschossen wurde. Obwohl das ja einer von euch war. Ja, ich wusste es. Kann ich bitte ein bisschen Lob haben, dass ich einen Sniper-Klingel habe? Leute, ey, das war ne gute Runde. Muss ich sagen. Für die Traytonen einfach stark. Warte mal. Das Problem ist, Daro hat mich weggesniped. In dem Moment, wo ich gerade rausgetappt bin, um Daro leiser zu machen. Oh mein Gott. Wow. Was fällt dir auch ein? Was soll ich denn sagen? Was fällt dir eigentlich leiser zu machen? Ja, was, wenn der so schreit? So, jetzt hier, ne? Ich schreie doch nicht. Oh, China, jetzt zeig mal, was du kannst. Ich hab mich in der Runde nicht ein Zentimeter bewegt, weil Daro mich in dem Moment gekillt hat, als ich gerade wieder reingetappt bin. Oh Gott. Die Armen. Die werden die ganze Zeit weggeknallt. Aber wirklich. War echt selbst. Ich lebe jetzt auf dieser Insel hier. Nee, sorry. Ich lebe hier jetzt. Warum jetzt hier ein Haus? Ist irgendwas gerade in Luft geflogen? Ja, ich hab ein Band explodieren lassen. Pass auf, Daro. Das ist meine Insel. Du kannst hier gerne mit hier leben, aber sag das bitte. Meld dich an, ja? Ach so, okay. Ich brauche ein Visum, ja. Ja. Ich hab doch am Anfang der Runde gefreut, Daro. Warum hat mir keiner geklaut? China, ich lebe hier auf dieser Insel jetzt. Nur zur Information. Hä, du hast gesagt, Daro ist es nicht. Am Anfang. Ich hab gesagt, Daro ist es. Soll ich hier bitte nicht mein Gottstück betreten? Soll ich hier bitte nicht mein Gottstück betreten? Der hüpft schon wieder die ganze Zeit. Komm, wir den einfach abschießen, wenn der immer hüpft, bitte. Nein. Das ist mein Flowsy in Ruhe. Flowsy? Flowsy, Alter. Der ist voll im Flow. Der hat nur Flowsys im Kopf. Ich bete einfach nur dazu, dass einfach jemand mit dem Auto abge... Oh, 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 Schuss, Schuss, Schuss auf mich. Ich dachte, der heißt Flowsy. Dann löscht das Ding rot. Irgendjemand hat dir grad geschossen? Das war ich. Ich glaube, ich hab grad ein bisschen Problems mit dem Internet. Ja, ein bisschen. Zaro, wechsel die Waffe. Pass auf, pass auf, Ackmaler. Vorsicht, vorsicht. Bist du rausgeflogen, oder was? Nee, aber lass ohne... Oh ja. Oh ja. Ich hab doch eben schon das mal gehört, Alter. China, wir brauchen dich doch jetzt an die Technik, Mann, Scheiße. Einfach Säug weggefahren. Jetzt ist die wichtige Frage, wo finde ich mal gescheite Waffen hier? Nee, was soll dat? Kannst du auch bauen. Mein Stream ist auch abgekackt. Oh nein. Robi Roboter, bist du allein? Aua. Hallo? Bin ich ein Roboter? Was? Nee, jetzt grad nicht mehr. Aber eh, was auf jeden Fall... Ich möchte nicht mehr auf der Insel sein. Robo Dance. Robo Dance. Jetzt, jetzt geht's wieder, oder was? Wo geht's denn hier runter? Jetzt geht's wieder. Ich glaube, du hast kurz einen Flix und dann war's... Jetzt geht's wieder. Ein Flix? Ein Flixbus. Ich hab's dir kurz sagen. Warum leuchten hier mal rote Sachen? Was ist das? Hey, da schmeißt du keine Granaten auf mich. Ich flieg auf die Straße. Ja. Schmeißi. 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 Das ist das... 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 Was war das? Da wird geschossen hart. Ich glaub, Jena schnurrt. Da hat jemand ne Tür aufgemacht. Die sind in den Tunnel reingelaufen. Streuner da bei dir. Was machst du hier drin, Daru? Hä? Ich wollte gucken, was hier hinterher in sich versteht. Mel, lebst du noch? Mel lebt nicht mehr anscheinend. Und wer ist eben da hinterher gelaufen? Also, ich weiß nicht, wo Mel zuletzt gesehen wurde. Ich hab keine Ahnung. Also, ich hab hier Mel bei uns in der Area noch nicht gesehen. Oh Gott, älter auf ihn da! Akmala? Ich mach nichts. Akmala, wie krass. Akmala, wie krass. Okay, jeder, der jetzt ne Granate, äh, wird... Hat er gerade. Darf ich ihn erschießen? Ich durchsuche das Haus. Nein, noch nicht. Ich hab jetzt... Er hat mich angeschossen. Wer? Wer? Na, stopp. Kaiser. Jeder, der jetzt ne Granate schmeißt, Daru erschießt. Du schmeißt ne Granate, du Troll. Der jetzt ne Smoke Granate. Der schießt auf mich! Ida sagt Mako! Du hast auf mich geschossen! Wenn jetzt hier einer noch schi... Okay, pscht. Nicht mehr schießen, das kriegen wir Ärger von Mama. Aber das... Wir wissen immer noch nicht, wo Mel ist. Mel? Flashy? 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 Wo bist du? Ich bin bei Akmala. Wo ist Akmala? Wo ist Akmala? Magmama! Magmama, Alter. Das neue Ei ist Magmala. Okay, Mel wird irgendwo tot liegen, Leute. Denkt dran. Tot. Dort. Einfach umgebracht. Also dann gucken wir doch einfach mal nach, wo sie ist, würde ich sagen. Oh, oh, ich hab ne Mine gehört, ich hab ne Mine gehört. Akmala, Akmala, Akmala. Was ist denn? Das war Dani Tür. Da sagst du nicht, Reuna. Dina, da die Tür, da die Tür kam das Piepen her. Vorsicht. Wir haben doch gesagt, dass... Kia? Ja, Mala. Wenn er hier in der Tür ist. Daro ist ein bisschen sass, Alter. Der geht da nicht durch. Die Mine tötet dich sofort. Die ist doch hier nicht, oder? Die ist hier nicht. Nein, die ist hier nicht. Da kommt jemand hoch! Akmala kommt hier hoch. Flashy, Flashy. Daro ist bei mir. Daro lebst du noch? Flashy ist bei mir. Achmama? Daro hat Akmama gesungen. Ich will nur zwischen dem wissen, ob du noch da bist. Ja, weil Daro Panik geschoben hat. Ja, weil Akmala die ganze Zeit nichts gesagt hat. Ich war hier in der ganze Zeit. Was denn? Daro lebt noch. Ah, Licht! Oh mein Gott! Licht ist aus! Kaiser! Was ist das? Daro? Ich will nicht mehr hier unten sein. Licht ist ausgegangen. Es ist dunkel da unten. Ich will hier nicht mehr runter. Hilfe. Es sind drei Leute. Flashy ist da, Hina ist da und Daro ist da unten. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ich komm nicht mehr klar. Ich merk schon. Wollen wir hier drin bleiben? I got your back. Ich glaub, Daro is it, Alter. Ich glaub das auch. Der hat auch die Granaten gekriegt. Keine Mine? Wo ist hier ne Mine? Wo ist hier ne fucking Mine? Ich steh nur an der Leiter. Oh, hier unten wurde eine platziert! Oder was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Aber hier unten... Ich weiß auch nicht, was das ist. Es sind rote Dinge. Wenn hier welche platziert sind... Aber es hat doch gepriegt hier unten gerade. ...wollen das wirklich nur Akmala oder Flashy oder Daro gewesen sein? Ja, aber wenn das ne Mine ist, warum geht das Ding dann nicht hoch? Die durchkommt's halt. Das ist ein Waffenladen oben. Ja, okay. Da ist jemand im Tunnelstreuner links. Ja, das war ich. Stimmt, dann kann das das nicht sein. Mama, warum warst du nicht tot? Das sag ich doch. Das ist keine Mine. What the fuck? Glaubt mir doch einfach mal, wenn ich das sage. Ich bin tot und ich sag nichts. Da gehen wir nicht rein, das Traitor Taster. Da gehen wir nicht rein. Ach so, ja, das ist doof. Ich wollte hier hin. Ach so Flashy, findest du das doof, ja? Die Tür ist hier aufgegangen. Hey, die Tür geht nicht mehr auf. Hey. Die Tür geht nicht mehr auf. Oh mein Gott, fuck my life. Ich bin raus. Hier geht gerade was auf. Hier geht was auf. Ich bin hier raus. 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 Mach das doch weg jetzt. Ja, was denn? Kann man... Du hast irgendwas aktiviert Flashy. Kaiser, Streuner, Akmala, Daro. Ich bin oben bei Streuner. Also, Ruhe jetzt. Ich hab May gefunden. Aha. Hä? Scheiße. Ne. Flaschi, Jure. Hä, was jetzt? Ich und Flashy, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Jure, du hast jetzt so dein gesperrter Hund. Ja, was weiß ich denn? Kaiser hat einfach alle Fallen aktiviert. Ja, ich wollte halt zu Streuner hoch, aber da ist eine Miene. Ich komm da nicht hoch und die Sau kommt nicht runter, weil er faul ist. Das ist deine Miene, ne? Die war woanders. Ja. Ich bin ein Mensch. Ich wollte die unten da töten, Alter. So nacheinander, Junge. Und du verkaufst mich, Alter. Mit dir das, Alter. Wow, Alter. Ich bin hier runtergesprungen. Ich bin hier runtergesprungen. Ich bin hier runtergesprungen. Ich bin hier runtergesprungen. Ich liebe das, das ist so geil. Oh, schön. Also, eigentlich hat Flashy das gut gemacht. Wir waren ja fast alle da unten. Der hätte uns einer nach dem anderen schön wegschnacken können, ey. Ich hab's nicht lesen können. Aber wenn ich dann natürlich eingesperrt werde mit zwei Leuten, ist das... Ich sag's nochmal, ihr habt einen Traitor-Chat. Das geht nicht. Aber wir benutzen von denen. Doch, das geht. Das muss irgendwie gehen mit der Taste. Na, X ist es nicht. Ist das nicht Shift? Weiß nicht, ne, Shift ist es glaube ich auch nicht. Ne. Ich mein, wir werden es wahrscheinlich sowieso nicht sehen, wenn es auffloppt, oder? Ja. Ne, deswegen ja. Entschuldigung. Können nur die Traitor, deswegen müssen die Traitor ausprobieren. Wo sieht man bitte Shift aus? Aber rede dann jetzt bitte nicht im Discord, das wäre sonst kontraproduktiv. Streuner hat grad E gemacht. Ja, ich hab gerade Hina gefunden. Und die ist Traitor. Hä? Hina leckt doch rum, hat sie gesagt, oder nicht? Achso, vielleicht ist die rausge... Hina lebst du noch? Ne, ne, die ist ja richtig tot. Das machst du ja nicht, wenn du rausfliegst, oder? Doch. Aber vielleicht hat sie irgendwas gemacht. Das war die Rache! Ich hab's mir fast gedacht. Wie, das war die Rache! Ich hab's mir fast gedacht. Äh, aber das ist ja... Sag mal! Kaiser, wie kommt man hier, und wo kommt man hier weg? Ich hab keinen Schimmer. Bist du hier schon? Äh, schon mal Bier! Oh nein, mein Flashy. Hier. Dieter, ich wusste nicht, dass du Traitor bist. Tut mir leid. Folgt einfach dem bestimmten Bunny. Oh! Da, oh! Ganz vorsichtig! Wer ist denn da oben? Ich bin das. Warum? Entschuldigung, weil ich hier hochgefangen bin. Warum? Da hab ich alles im Überblick. Achtung, vorsichtig, Straße. Aber du bist nicht höher als Streuner. Streuner war noch höher. Streuner war super hoch. Tut mir leid, Streuner hier! Streuner war super hoch! Nein! Hör auf den Kopf! Hör auf den Vorsicht! sober auf den Vorsicht gehen, Junge! Was war das denn? Wow, er ist hinter das Auto gesprungen! Ich kann damit nicht leben! Junge... Vorsicht, Alter, Junge. Du spielst mit dem Feuer grade, sag ich dir. Junge, Achim ist Wunderheiler, der rettet dich! Achim, Alter, der hat mir das alles erklärt. Du kennst doch Achim noch. Achim, natürlich, klar, da war ja was mit dem auf Borkum oder wo das war, Borkum, Sylt, keine Ahnung, in Reha. Natürlich kenne ich Achim noch. Ja, was war Achim? Oh, Schüssel, 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 Schüssel! Achim war doch super nett, oder nicht? Achim war doch super nett oder nicht? Achim war doch super nett oder nicht? Achim war doch super nett. Super toll, Mann. Achim? Ja, Achim! Achim war der, der gesagt hat, du bist gerade nicht krank. Die haben dich krank gemacht. Die haben dich krank gemacht. Du musst zu dem Ägypter, der ist Heilpraktiker, der heilt dich. Das war Achim. Achim ist einfach der allerechte Mann, der einzig wahre. Junge, Junge, Junge. Das ist, wenn du in der Klinik, Alter, Reaktivität, Psychosomatik und Orthopädie bist, eine Rauchengeldung zu halten. Ja, darum wieder hilfreicher Detektiv, man kann's sehen. Ich bin ein Vogel! Der sagt gleich, Abschuss, tot! Oder was sagt der? Junge, was ist denn da los? Wo ist der? Zeh nicht mehr. Er stirbt. Er wird sterben. Nein, er stirbt. Niemals. Der hat das im Griff, der kann damit umgehen. Ich bin der Beste. Er ist super, Daru! Schön, Daru, schön. Darf ich auch mal probieren? Willst du mal ein Jetpack haben? Ja. Achmala, geh doch mal auf den Reifen. Achmala, geh doch mal auf den Reifen. Nein, 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 nein. Das kann ich leider nicht machen, Daru. Tu mir leid. Ich muss es ausprobieren. Sprich nicht hinterher! Geht das? Ah, ja! Ne, das geht nicht. Ich wollte gerade den hochheben und dann mit dir so. Willst du damit sagen, ich bin zu fett? Oh, lass dir das nicht gefallen, Akmala. Schwierig. So, das ist ultra witzig. Aber, man kann nicht alles damit machen. Oh! Was war das denn? Alter, hast du Aggressionsprobleme? Alter! Und, drunter disst dich noch? Ne, eigentlich auch nicht. Akmala, wo sind sie gerade? Sie ist in dem LKW-Container. LKW-Container? Was machst du da, Akmala? Meine Aggression freien Lauf lassen. Aha, Flechi, wie hieß mit Ihnen aus? Äh... Flechi? Ich habe gerade zu Achim gesprochen. Okay, was ist mit Achim? Was ist passiert? Daru ist gestorben. Ernst? Ja, Daru zündet eine Disco und schießt sich selber runter. Das war ich. Ach, du hast eine Disco geworfen. Ich hab dir einfach in die Luft geworfen, als ob er davon getroffen wurde. Weil er auch was in der Hand hatte und auf einmal mein Name gesagt hat und gezündet hat. Oh, Daru, ey. Okay, also. Wir haben immer noch einen Traitor an der Runde, oder beide? Das ist korrekt. Mindestens einen. China ist ja raus. Wo ist denn Daru? Ist das Daru? Daru war Detective. Daru, ich nehme dich mit zu Achim. Der wird dich heilen. Beine Ägypter. Äh, Curry, Curry fliegt. Ja. Ja, und Daru fliegt. Ich hab das Ding von Daru bekommen. Achso, ich hab, das hab ich nicht mitgekriegt. Mach doch nix. Alles ist gut. Das ist, glaub ich, nicht gut. Der erschießt uns jetzt bestimmt. Ey, wie soll ich dich denn erschießen, wenn ich fliege? Ja, nee. Hey, flieg mal woanders hin. Nee, flieg mal woanders hin. Komm mal runter. Flieg woanders hin, bitte. Das ist mein Haus. Okay. Daru, ich lege dich genau hier hin. Jetzt kommt Achim unhaltig. Achim kommt unhaltig? Achim kommt unhaltig? Ja. Das ist der Auto. Achim das Auto? Mann. Ich dachte mir, das heißt Bumble de Boo. Bumble de Boo. Kannst du doch nicht einfach so gegen Achim schießen. Was ist los mit dem Curry? Bumble de Boo. Bumble de Boo. Bumble de Boo. Ich glaub Curry ist es. Ja, glaub ich auch. Hä, wieso? Was hab ich gemacht? Streuner? Streuner ist auf jeden Fall auf das andere Dach da hinten geflogen. Das hab ich gesehen. Ja, Streuner ist gerade tot runtergefallen hier. Von dem Dach wo Curry drauf ist. Hat der Curry gesagt oder was? Ja. Hör auf mich an zu snipern. Hey, ich snipe doch gar nicht. Ich snipe wirklich nicht. Nur gesehen und gespürt. Snipe doch nicht. Äh, ich snipe nicht. Also äh. Nein. Hör auf. Hör auf. Flashy. Das war daneben. Das war daneben. Okay, also Flashy und Curry. Geil. Nein, nein, nein. Curry ist es. Ja, Curry und du. Nein, ich bin's nicht. Doch Flashy, helft. Jetzt hör doch mal auf. Hä? Du bist so ein scheiß Vollmann. Ach ne, geht ja gar nicht. Inna war ja auch dumm. Aber wir haben ihn schon, hinterher. Haha Chorashi? Oh, sdav Männer. Was? Ach, helb! dere Ropromé? Daro jetzt geheilt? Ich würd's eigentlich gar nicht wissen, was ihr da macht. Meine Stimme versagt schon wieder... Meiner Augenblick! Ich werd jetzt den Showdown sehen! Achmala! Komm mal her! Nein! Ja! Achmala, du bist es einfach! Sehr gut! Achmala hat mich heute schon mal mit Headshots weggesaut. Ja, also das ist schon... Nur die Mallers werden! Gute Aimer! Junge, ich hatte 10 HP! Fortnite zahlt sie! Du musst mehr Fortnite spielen! Pass auf, wenn Turbo dir den 160-Hertz-Monitor holt, Junge! Boah! Dann fällt's dir bei TTT noch an zu bauen, Alter! Hör auf! Kaiser? Ja, bitte? Das Eis muss aber fucking viele Streusel drauf haben! Sag mal, du hast zuerst damit angefangen, ja? Also ich finde auch eigentlich, dass ihr quitt seid ohne Eis, Hina, jetzt! Also... Ha! Geben! Geben! Lass dir das nicht gefallen, Hina! Lass dir das nicht gefallen, Hina! Lass dir das nicht gefallen, Eis! Lass dir das nicht gefallen, Eis! Ach, Mann, ey! Hallo, Mel! Steuner, sorry! Ich wollte dich nicht mit der Taube einfach wegballern, tut mir leid! Oh! Rücken durchs Fenster, keine Sorge, Akmala! Ja, 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 ja! Ey, diese Baustelle ist echt gefährlich, ne? Krieg's trotzdem Eis! Wann fahren hier Autos lang? Was für Eis? Was jetzt? Juhu! No! Oh mein Gott, Fleschi, Alter! Das macht er doch mit Absicht, der macht hier Jackass, Alter! Hatch, willkommen bei Jackass! Und das ist, wie hieß nochmal das Spiel mit den Frischen? Ähm... Trades? Trades, das ist Trades, und wir kommen bei... Äh... Ui! Wuhu! 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 Die Treppen, ne? Die Treppen sind einfach mein Verderben. Geht das jetzt eigentlich im Voice, oder like ich immer noch? Nee, super. Es passt, alles gut, es passt jetzt. Geht dein Auto? Oh, passt mit deinem Auto! Äh, keine Ahnung, ich hab jetzt irgendwas schön ausgemacht. Oh, jetzt ne Frikant, ich hätt sofort... Wuhu! 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 Schön Spezial, Alter! Frikantel Spezial! Mit Zwiebel drauf! Wuhu! Wuhu! Achtung, Auto, Auto, Auto! Und... Wuhu! 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 Ich warte darauf, dass einer gleich wegballert, Junge, so richtig weit weg, also so richtig von diesem Auto, einfach weggeschallert wird in ein anderes Universum oder so, irgendwie sowas. Wollen wir uns in die Mitte stellen und ne Disco werfen? Vielleicht ich bin dafür, dass wir uns die ganze Zeit einfach nur angucken und über die Straße hinfliegen. Wuhu! 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 Kann ich dich eigentlich auf die Straße schubsen? Du musst mit dem Rücken da hinspringen. Ja, mit dem Rücken, mit dem Rücken. Pass auf! Wuhu! 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 Alter! Er hat überlebt! Er hat überlebt! Ja! Ja! Maschine! Irgendwann ist einer gestorben. Bis einer stirbt oder einer weint. Oh, da hat gesagt, einer ist gestorben. Was passiert? Äh, Mel, heilt dich. Achso. Das war schön. Kannst du mich auch heilen? Bist du Achim? Daro, das war kein Sterbgeräusch. Bist du Achim? Bist du Achim? Achtung, Achtung! Oh mein Gott, Tina! Oh mein Gott, Tina! Wer hat vor's Auto gelaufen? Jippie! Ganz kurz, falls das Menschen gerade falsch verstehen, bitte macht das im echten Leben nicht nach, okay? Das ist nicht lustig. Oh ja, das war vielleicht mal... Kann jemand gestorben nehmen, ja? Was? Ne, das war vielleicht nur Sex. Daro? Wie wir von Daro jetzt wissen. Versuch doch bitte nicht im echten Leben zu bunnyhoppen. Ne, wo ist jemand? Streuner, Streuner! Ich bin auf dem Dach! Oh, Alter! Oh, Flashy jetzt nicht nochmal! Oh, Flashy, okay! Warte! Jetzt komm mal Trade-Elf und das ist Autos hurfen, Junge! Wie hast du das gemacht, Flashy? Aaaaaah! Was passiert hier? Was ist das? Was ist das? Ich hab Angst! Alter! Schlebt noch jemand? Mein Augenbluten! Drei Kunde! Oh, Michael Jackson! Einfach so, Michael Jackson! Okay! Wer war Michael Jackson? Wer macht Michael Jackson? Wer ist Michael Jackson? Ich bin immer noch auf meinem fucking Dach drauf und konnte mich alle sehen! Ja, von da oben! Oh, ihr meine, ich hab mich vom Bauch nur gestorben! Oder nicht? Zwei Leute tot! Ey, es wird auf mich geschossen! Auf mich wird geschossen! Ach, Junge! Dina? Ja? Streuner, du hast doch sonst immer alles im Blick! Warum hast du jetzt nicht den Blick? Ja, hab ich doch! Ja, wer schieß denn auf mich? Das weiß ich doch nicht! Ich hab nicht mal einen Schuss gehört! Hast du einen Schuss gehört? Ja, von der Baustelle! Von der Baustelle! Ich glaub, Hina war das Unterstreuner, oder? Nein! Sicher! Aha! Sicher! Das sind zwei Traitor, die wir noch haben! Ich hab Curry gar nicht gesehen, weil ich bin am Pool! Doch, doch, doch! Das passt! Streuner, guck mal! Sie ist unter mir, oder was? Ja, ja! Direkt unter dir! Nein! Ich bin nicht die! Beide, beide, beide! Hina ist in beide! Ich schieß doch gerade auf dich! Du bist unter ihm! Mann! Ich hab bis zum Ende gewartet, Hina! Ich wollte dich erst crossbauen! Wer hat mich jetzt getötet von euch? Alter, wer war der Hund? Das Auto! Junge, du hattest minus 10 HP gefühlt! Also, weiß ich nicht! Ich hatte 11 HP! Alter, du bist... Die Streusel werden immer größer! Ich hab dich zum Letzt getötet! Du? Nee, äh, nee, Hina, er hat... Er war Traitor, er durfte das! Das, äh... Ja, aber trotzdem! Ich will große Streusel! Nein, nein! Ja, muss doch auch! Gib jetzt nicht! Oh! Leg dir einfach eine Tafel Schokolade aufs Eis! Aber ich hab diese komische Orbit... Äh, diese komische Musik da nicht einmal gemacht! Jo, die war so laut! Junge, das war so reudig! Und wenn ich da... Tu nicht so! Äh, ja, okay, sorry! Also... Okay! Das war doch schon wieder... Ich hab so viel Spaß gehabt beim Autosurfen! Oh, das war Skrillex, Junge! Erstmal Video gebannt! Kann man nicht mehr monetarieren! Kann's vergessen! Junge, mit den ganzen Sounds und den Fluchen, was wir hier machen... Oh, ich bin Deta, Alter! Okay! Oh, geil! Flashy, geh auf die Insel! Auf die Straße drauf, komm! Flusi sagt, alle mal auf die Insel! Hey, warum ist Dao jetzt ein Zombie von Minecraft? Oh Gott, das war doch knapp! Wow! Hupen die eigentlich nur, wenn man in der Nähe ist? Oder hupen die die ganze Zeit? Ja, wenn man ganz knapp ist! Blusi sagt, alle auf die Insel! Nicht rumeiern! Auf die Insel! Okay, aber wo ist Streuner? Streuner ist auf dem Haus! Auf dem Haus! Auf dem Haus! Vorsicht, Vorsicht! Das war Kaiser! Alter, wer war das? Ihr Wicksköpfe! Wer war's? Das war Kaiser! Oh, ihr Wicksköpfe! Streuner, Zugriff! Streuner, Stahl! Zugriff! Was ist Zugriff? Ich bin überfordert! Was haben wir getan? Ey, Schnauze, jetzt hier Deta redet! Zehn Sekunden! Wer da nicht auf der Insel ist, darf erschossen werden! Außer mir natürlich! Ja, aber dann bitte keine Discos mehr machen! Was soll das? Ja, das mit den Discos, das müssen wir auch unterbinden! Guck mal da rauf hier! Zeck, zeck! Zehn Sekunden, um! Nein! Ich komm doch! Ich komm doch! Ich komm doch! Hallo, lass mich doch! Ich komm doch! Junge, ich komm doch! Alter! Das war die Regel! Lass doch den... Lass den Armband jetzt bitte! Keine Discos! Jetzt, jetzt höre ich auf! Jetzt höre ich auf! Hör auf! Hör auf! Ich bin doch da! Ey, Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ich bin doch da! Na, 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 na! Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Wie viele Lebenspunkte hast du? Hallo! Oh! Könnt ihr euch mal bitte in der Reihe aufstellen und nicht wie die Lemminge hier auf... Ja, was denn, Alter! Sie muss doch mal hoch jetzt! Ja, was denn, Alter! Mann, ey! Ja, komm! Aufstellen! Kaisers Traitor! Ja, ich bin doch hier! Also, er hofft dich zu drehen! Da geht mir gleich jetzt schon, Detective! Guck mich doch mal an! Ja! Mach ich doch! Ich guck doch! Mein bis jetzt geht auf dein Gesicht! Du bist wunderschön! Ja! Streuner schiebe ich mit der Fisole! Okay, danke! Was? Das sind keine zwei Schritte, Daru! Wie lange doch? Wie lange müssen wir denn hier stehen bleiben?! Nur zu sagen zwei Schritte nach hinten wie auf die Insel! Ah! Oh mein Gott! Das hab ich nicht gesagt! Äh, gehört... Au! Da ist da der Weg! Ey! Sorry! So! Flussi sagt, zwei Schritte nach vorne! Hä? Flussi sagt, um 180 Grad umdrehen! Zwei Schritte nach vorne ist auf die Straße, Alter! Wer ist denn jetzt? Das ist Leichenschändung! Flussi sagt, die die immer noch auf der Insel stehen, immer noch ein... Hahaha! Hahaha! Das ist ein Grasch! Das ist ja alles... Du Arsch! Und dann wird sich weiter rausgehen! Hahaha! Einfach laufen, was dann gemacht! Hahaha! 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 Moi auch! Guys! Oh! Was hatube, was das Coinomen?